ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier auf diesem kanal beziehungsweise zu einer weiteren filmkritik und nach längerer zeit jetzt auch mal wieder ein review in videoform da hatte ich in letzter zeit irgendwie nicht so viel zugemacht und dann kehren wir auch mal wieder zurück zu etwas von der insel von den briten das muss in regelmäßigen abstellen ja eben einfach sein gerade jetzt wo es dunkler und regnerischer wird passt ja dieser stil hervorragend allerdings nicht von hammer sondern vom konkurrenzunternehmen amicus beziehungsweise amicus wenn man es jetzt deutsch aussprechen will und am bekanntesten sind diese natürlich für ihre anthologien also insgesamt sieben haben die ja zwischen 1965 und 1974 ausgebracht öfters ja auch mit lee und cushing deswegen geht das auch manchmal verwechselt denke ich mal dass wenn man amicus film sieht dass man denkt das ist ein hammer film weil die auch schon ähnlich aussehen aber hammer war jetzt ja auch kein großer player also die haben ja auch rb-filme produziert und amicus hat dann wahrscheinlich meistens noch weniger budget und mussten deswegen sich noch mehr mühe geben das irgendwie zu kaschieren aber trotzdem sehen die filme optisch auch durchaus nett aus ja und die sind auch des öfteren halt aufgetreten hier in cushing door zum beispiel in die todeskarten des dr schreckt oder the house wird wird blatt den gibt es momentan auch glaube ich ja amazon prime zu sehen beziehungsweise habe ich den da wenigstens geguckt aber die haben auch normale spielfilme gemacht in anführungszeichen also jetzt keine anthologie zum beispiel embryo des bösen hatte ich ja auch letztens vorgestellt und ich glaube auch dass das der einzige amicus film war den ich hier bis jetzt reviewt habe so diesmal habe ich mir dann aber auch eigentlich eine der anthologien vorgenommen beziehungsweise habe ich inzwischen bis auf eine auch alle gesehen aber ich revieure sie hier zum allerersten mal dann ausgesucht habe ich mir den zweiten der die zweite anthologie die sie herausgebracht haben nämlich torture garden von 1967 auf deutsch mit dem tollen titel der foltergarten des doktor diablo und mit dabei ist auch wieder peter cushing aber er spielt nicht mal er bespielt diesmal nicht wie in die todeskarten den titelgebenden doktor sondern kommt nur in anführungszeichen einer der vier episoden vor und bei einer anthologie macht das natürlich sinn die einzeln zu besprechen fangen wir mit der ersten episode an die fand ich auch leider etwas wirr und etwas komisch da geht es um eine katze die irgendwie ein schutzgeist einer alten hexe ist und hat man da so einen gierigen neffen der den onkel tötet um das erbe zu bekommen aber der findet halt heraus dass halt dieser schutzgeist dem onkel goldmünzen gegeben hat und die hexe bzw die katze ist dann in einem sarg im keller vergraben und die katze will dann dass dieser neffe halt leute tötet und frisst dann auch die köpfe bzw absorbiert die köpfe ja das ist ein bisschen wir gewesen das hätte man auch besser als lange film aber auch umsetzen können weil das geht jetzt so 20 minuten am weg dass alles etwas gehetzt hätte man sich mehr zeit nehmen sollen naja ja da haben wir auch noch die zweite episode das geht so ein bisschen mehr in richtung science fiction habe ich auch dieselben kritikpunkte wie bei der ersten episode da ist zu wenig zeit das ist allerdings ein bisschen unlogisch habe ich nicht ganz verstanden was genau da jetzt passiert aber die idee ist ganz nett dass so ein paar schauspieler oder die berühmten schausteller welt alle in wirklichheit nur cyborg schreckliche roboter sind dann haben wir episode nummer drei das ist ziemlich absurd und komisch und auch ein bisschen unfreiwillig komisch muss man zugegeben da geht es um ein lebendes klavier das ein bisschen aggressiv wird aber gut das ist eben das gute an anthologie da kann man halt auch ideen die man sonst als spielfilm nicht umsetzen würde einfach mal ausprobieren und dann die vierte episode das ist wohl die beste da haben wir nämlich jack palance und peter cushing in einer pro kurz geschichte sehr sehr atmosphärisch umgesetzt mit so einem britischen herrenhaus da kommt noch mal schön diese ein bisschen gothic atmosphäre auf und dann im keller post asche peter cushing ist natürlich großartig wenn er hier so eine gruselgeschichte zum besten geben kann und das war auch noch eine story von robert von robert bloch und der hat ja auch das drehbuch geschrieben kennt man natürlich als psycho drehbuchautor er hat ja bei emma costas öfteren drehbücher geschrieben also insgesamt eine durchaus unterhaltsame kurzgeschichten sammlung er hat jetzt erst zwei episoden haben ganz nette ideen aber sind in der umsetzung jetzt vielleicht nicht optimal das dritte ja das ist ein bisschen absurd aber auch ganz nett und die vierte episode ist mit peter cushing und jack palance dann doch durchaus gut geworden also ist kein kunsttag für die ewigkeit aber nette sein für gute unterhaltung von früher die der fans sich durchaus mal anschauen kann